So, hallo, herzlich willkommen zum Pack-Opening mit Rannock. Hallo. So, schauen wir mal, kriegen wir ein schönes. Einen neuen Helm. Okay. Ah, ein Waffentalisman-Schläger mit den Nägeln. Ui. Sieht lustig aus und geht's weiter. Ich hab noch ein paar, keine Sorge. Sonst hat sich ja Video inventiert. So, jetzt kommt auch eine. Ich hoffe, vor Waffe. Ja, eine Waffe. Das ist, äh, ein Bazooka. Super. Ich brauch keine Bazooka. Ah. Vielleicht schauen wir mal, was ich bei dem anderen Gericht hab, was ich mir selbst gekauft hab, von den Waffenpunkten. Ich mach mal, schau mal, das ist ein B. Okay, das ist mir nicht. Apech. Maaah. Nichts gescheit. Ah ja. Aber ich nix. So. Tschüss. Tschüss. Tschüss.